Wie stellt man fest, dass eine Funktion weder gerade noch ungerade ist? Die Antwort liefern uns die nebenstehenden Definitionen. Ist eine Funktion gerade, so gilt an jeder Stelle x aus dem Definitionsbereich die Beziehung f ist gleich f . Falls wir also einen einzigen x-Wert aus dem Definitionsbereich von f finden, für den diese Gleichheit nicht gilt, so ist die Funktion nicht gerade. Analog gilt, finden wir einen x-Wert, für den f ungleich minus f ist, so ist die Funktion nicht ungerade. In der Praxis setzt man also einfach einige Werte ein für x und prüft, ob f von x gleich f von minus x bzw. f von x gleich minus f von minus x gilt. Falls sich ein x-Wert findet, für den f ungleich f von minus x ist und für einen weiteren oder denselben x-Wert gilt, f von x ist auch ungleich minus f von minus x, so ist f weder gerade noch ungerade. Falls für jeden getesteten x-Wert allerdings z.B. stets f von x gleich f von minus x gilt, so liegt die Vermutung nahe, dass f eine gerade Funktion ist und wir sollten versuchen, dies nachzuweisen. betrachten wir als Beispiel einmal die Funktion f mit der Funktionsvorschrift f von x ist gleich e hoch x plus x mal Sinus von x². Testen wir einfach einmal für, sagen wir x gleich 1, ob f von 1 gleich f von minus 1 gilt. Und falls das nicht der Fall ist, können wir bereits ausschließen, dass f gerade ist. Konkret ergibt sich, f von 1 ist gleich e hoch 1 plus 1 mal Sinus von 1, was ungefähr gleich 3,56 ist. Andererseits ist f von minus 1 gleich e hoch minus 1 plus minus 1 mal Sinus von minus 1 zum Quadrat ungefähr minus 0,47. Damit gilt offensichtlich, f von 1 ist ungleich f von minus 1 und folglich ist f nicht gerade. f ist auch nicht ungerade, denn dann müsste f von 1 gleich minus f von minus 1 gelten, was nicht der Fall ist, denn f von 1 ist etwa 3,56 und minus f von minus 1 ist etwa gleich 0,47. Somit haben wir gleichzeitig, fast gleichzeitig gezeigt, dass f auch nicht ungerade und damit insgesamt weder gerade noch ungerade ist. Abschließend sei noch folgendes angemerkt. Falls wir festgestellt hätten, dass f von 1 gleich f von minus 1 gilt, so dürfen wir daraus nicht schließen, dass f gerade ist. f kann in diesem Fall gerade sein, muss es aber nicht. Damit f gerade ist, muss die Bedingung f von x gleich f von minus x nicht nur an der Stelle x gleich 1 gelten, sondern für alle x-Werte. Natürlich ist es kein praktikabler Weg, für x alle möglichen Werte einzusetzen und zu zeigen, dass stets f von x gleich f von minus x gilt. Das wäre auch gar nicht möglich, da es ja in der Regel unendlich viele x-Werte sind, für die wir diese Gleichheit zeigen müssten. Um also zu zeigen, dass eine Funktion gerade oder ungerade ist, müssen wir uns anderer Methoden als dem Einsetzen von x-Werten bedienen. Welche Methoden das sind und wie sie funktionieren, sehen wir uns im vorliegenden Kapitel an.